Ich glaube, alle diese Bemühungen zielen nur auf eines ab. Etwas ist falsch mit dem System. Das müssen wir ändern und dann wird alles besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Der Paradigmenwechsel findet statt mit dem Fokus auf dem Menschen als Ausgangspunkt. Die Systeme sind nur die Projektionen der Menschen, die daran leben. Die Systeme sind nur die Projektions, die sie in den Fokus auf dem Menschen als Ausgangspunkt. Ich glaube, vielen Leuten ging auf einmal ein Licht auf. Man kann das System immer weiter bekämpfen, aber solange die Menschen sich nicht selber verändern, wird sich nie etwas ändern. Ich denke, es wird sich nie etwas ändern.